Die Kinder hatten auch die tiefste Stimme. Und die Männer mit den hellsten Stimmen hatten die wenigsten Kinder. Doch was hat die Stimmlage mit der Anzahl der Kinder zu tun? Wir glauben, die Bedeutung der Stimmlage hängt damit zusammen, dass es in der längsten Zeit der menschlichen Evolutionsgeschichte mit dem Sonnenuntergang dunkel war. Und bei Nacht orientierten sich die Menschen bei wichtigen Handlungen vor allem am Klang der Stimme im zwischenmenschlichen Bereich. Allen voran bei Verführung und Sex. Wenn ein Mann und eine Frau beim ersten Date Smalltalk führen, ist eine wichtige innere Antenne auf Empfang gestellt. Diese Antenne ist nicht darauf ausgerichtet, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Seine Stimme ist unglaublich sexy, die zieht dir die Hose runter. Ihre Stimme ist der perfekte Mix, weiblich und klar. Ich mag süße Stimmen, so wie ihre. Jede Frau will das Mädchen sein und wenn ein Mann eine sanftere Stimme hat als man selbst, dann wundert man sich. David Feinberg versuchte herauszufinden, was eine Stimme anziehend macht. Die Stimme verrät uns einiges. Schon wenn wir sie zum ersten Mal hören, können wir das ungefähre Alter des Sprechers einschätzen und seine Gefühlslage. Doch uns interessierte vor allem die Frage, kann man anhand der Stimme auf die Attraktivität eines Menschen schließen? Feinberg führte eine Studie mit Studenten durch. Sie sollten verschiedene Stimmen des jeweils anderen Geschlechts nach ihrem Sexappeal beurteilen. Fast durchgängig bevorzugten die männlichen Testpersonen hellerer Frauenstimmen. Ich finde die hellen Stimmen besser, weiblicher. Sie klingen jünger, eher in meinem Alter und fitter. Ich finde sie gesünder, jünger, sexier. Bei Frauenstimmen denken wir oft, Männer bevorzugen diese weichen, tiefen Stimmen. Doch unsere Ergebnisse zeigen das Gegenteil, vor allem weil jüngere Frauen tendenziell höhere Stimmlagen haben. Ebenso Frauen mit hohem Östrogenspiegel. Und natürlich ist es auch nicht überraschend, dass sich die meisten Frauen für tiefe, maskuline Stimmen entschieden. Tief klingt einfach besser. Eine tiefe Stimme ist ganz klar attraktiver. Die tiefe Stimme impliziert einen größeren oder stärkeren Mann als die hohe. Die männliche Stimmlage ist abhängig vom Testosteronspiegel während der Pubertät. Männer mit viel Testosteron entwickeln eine tiefe Stimme. Bei weniger entstehen höhere Stimmlagen. Wenn Frauen die Stimmen hören, sind sie sich nicht bewusst, dass sie auf Testosteronsignale reagieren. Ihrem Verhalten nach muss es eine unbewusste Reaktion sein. Unbewusst reagieren Frauen also auf Signale, die mehr verraten als nur die Beschaffenheit der männlichen Stimmbänder. Der Testosteronspiegel während der Pubertät verleiht Jungen nicht nur eine sexy Stimme, sondern in der Regel auch ein sexy Gesicht und einen sexy Körper. Ebenso funktioniert Östrogen bei Frauen. Ein hoher Spiegel macht Mädchen attraktiver. Und während des Eisprungs wird nicht nur das Gesicht einer Frau anziehender, sondern auch ihre Stimme. An der State University of New York in Albany hat der Evolutionspsychologe Gordon Gallup untersucht, wie der Östrogenspiegel die Stimmlage einer Frau im Verlauf ihres Monatszyklus beeinflusst. Unsere Stimmlage wird zum größten Teil durch die Hormone während der Pubertät geformt. Doch auch bei erwachsenen Frauen sind zyklusbedingte Schwankungen im Hormonspiegel erkennbar. Zehn Männer nahmen an einer Studie zur Bewertung der Attraktivität von zehn Frauenstimmen teil. Am Ende des Experiments enthüllte Gordon Gallup seinen Testteilnehmern eine überraschende Information. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass einige der Stimmproben von ein und derselben Frau stammen. Tatsächlich waren nur vier Frauen am Experiment beteiligt. Und wir haben ihre Stimmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten während ihres Menstruationszyklus aufgenommen. Dies ist eine der vier Stimmen. Und hier ist die gleiche Stimme zu einem anderen Zykluszeitpunkt. Die zweite Aufzeichnung ist fast unmerklich heller als die erste. Sie wurde in der fruchtbarsten Phase der Frau gemacht, während ihres Eisprungs. Sie sind wirklich unterschiedlich. Ich habe sie verschieden bewertet, weil ich nicht wusste, dass es die gleiche Stimme ist. Die haben offenbar alle die fruchtbaren ausgewählt. Wenn Frauen in der Zyklusmitte am fruchtbarsten und empfängnisbereit sind, werden ihre Stimmen als deutlich attraktiver bewertet. Sexappeal. Dirigiert von unseren Genen läuft ein unbewusstes Schauspiel in unserem Gehirn ab, das einen Höhepunkt in der Wahl des Partners findet, mit dem wir uns paaren möchten. Hier gewinnt die Handlung an Dichte. Da wir Menschen nur eine geringe Anzahl an Nachkommen erzeugen können, ist die Partnerwahl extrem wichtig. Viele sagen, Männer und Frauen wollen doch gleichermaßen einen attraktiven Partner. Doch attraktiv ist für Männer und Frauen nicht das Gleiche. Beide sind wählerisch, doch in Bezug auf unterschiedliche Aspekte. Der Unterschied in der Partnersuche der Geschlechter zeigt sich in der Art, wie man sich jeweils präsentiert. Frauen sind das aufreizendere Geschlecht. Im Tierreich ist es genau umgekehrt. Hier haben die Männchen prächtige Lockmittel entwickelt, um Weibchen zu beeindrucken. Das Federfeuerwerk der Pfauenmännchen zum Beispiel. Oder die eindrucksvolle Löwenmähne. Männer hingegen brauchen diese anatomischen Accessoires offensichtlich nicht. Eines aber haben sie meistens doch. Sie balzen mit Blech. Ein Auto sagt viel über einen selbst. Es lässt einen solide und gut aussehen und wirkt anziehend. Die Ladies sind beeindruckt und darum geht's doch. Autos machen Leute. Du bist, was du fährst. Du bist, was du fährst. Wir sind typische Säugetiervertreter. Also führt die Vorliebe der Frauen für dominante Männer zum Wettbewerb unter den Männern. Sie müssen ordentlich angeben. Ein Verhalten, das man bei vielen anderen Säugetieren auch findet. In den Rocky Mountains leben Schafe mit riesigen Hörnern. Die Menschen liefern sich einen Kampf, bei dem sie ihre Köpfe aufeinander krachen lassen. Die Weibchen schauen nicht einmal zu. Für sie ist nur der Sieger wichtig. So gesehen sind diese Autotreffen nichts anderes. Die Menschen treffen sich und sagen, hey, seht ihr? Die anderen Typen schauen zu mir auf. Und die Frauen achten auf den Typen mit dem höchsten Status. Sie lassen die Männer ausfechten, wer ganz oben steht. Und den schnappen sie sich. Wir wollen einen, der Boss ist, der Karriere macht, ein Geschäft hat, gut gekleidet ist und ein schickes Auto fährt, der auf sich und sein Aussehen achtet. Frauen sind bei der Partnerwahl wählerischer, denn schließlich steht für sie erheblich mehr auf dem Spiel. Männer können Sex haben und verschwinden. Frauen hingegen müssen mit neun Monaten Schwangerschaft und jahrelanger Kinderbetreuung rechnen. Deshalb wollen Frauen gute Gene und dicke Geldbeutel.